Ich bin in Braunau in die HTL gegangen und bin da mit dem Zug immer wieder vorbeigefahren und habe das eigentlich beobachten können in den letzten Jahren, wie das Unternehmen wächst und wächst und wächst. Die Firma Phil bietet angenehmes Klima, super Jobperspektiven und ist ein regionaler Familienbetrieb. Ich war schon immer in einem technischen Beruf interessiert und ich bin dann als Poli gegangen und das hat mir dann recht gefallen, weil da bin ich auch Elektro gegangen. Wir haben während der Schulzeit schon sehr viel Kontakt zu den Firmen in der Region gehabt, der anderen auch an Phil und da ist dann für mich nach dem Bundesheer oder während dem Bundesheer die Entscheidung nachgelegen, dass ich mich da bewirb. Besonders auf jeden Fall ist einmal die familiäre Atmosphäre, sage ich jetzt einmal. Es sind lauter freindliche Leute, alle grüßende. Für mich ist das Betätigungsfeld einfach toll. Man hat sehr viele Sparten. Es gibt es nicht nur, man baut die eine Maschine, sondern es gibt von der Holzindustrie, Kunststoff, Autoindustrie, es ist einfach ein Top-Beschäftigungsfeld. Es ist auch so, dass, sage ich mal, ein guter Zusammenhalt ist und das einfach die Arbeit. Also es ist eine sehr abwechslungsreiche Arbeit. Von daher war das eigentlich für mich einer der großen Punkte, also das Gesamtpaket, was gepasst hat.